Das Auto ist der sicherste Platz bei einem Gewitter. Das sagt der Volksmund, also die Dorfwildsten und Altvorderen. Die kennen es aber wohl auch nur als Sprichwort und trichtern es ihren Enkeln ein. Und wir sind die Enkel und glauben das. Stimmt das aber auch, dass das Auto der sicherste Platz bei Blitzen ist? Das klären wir in diesem Video. Jeder von euch hat schon mal ein Gewitter mitbekommen. Da verwette ich meinen Arsch drauf. Für alle, die bei einem Gewitter immer betrunken waren und sich nicht daran erinnern können. Ein Gewitter sieht so aus. Aber wir klären erst einmal, was ein Blitz überhaupt genau ist. Dazu malen wir uns mal eine Landschaft auf. Mit einem Haus, einem Baum und einem Auto. Oben kommt eine Wolke hin. In der Wolke sind geladene Teilchen. Diese werden aber aufgrund thermodynamischer und sonstiger Prozesse getrennt. Elektronen sind plötzlich auf der Unterseite. Fehlt noch unsere Erde. Da gammeln ein paar Protonen rum. Insgesamt entsteht jetzt ein elektrisches Feld. Zwischen der Erde und der Wolke. Wer keine Ahnung hat, was ein elektrisches Feld ist? Kein Problem. Es ist eine Angabe, wie viel Spannung pro Meter anliegt. Wir haben hier ein elektrisches Feld von so circa 200.000 Volt pro Meter. Ihr habt richtig gehört. 200.000 Volt pro Meter. Wenn wir eine Wolke 5 Meter über der Erde haben, ist da schon eine Spannung von? Richtig. 5 mal 200.000 sind eine Million Volt. Da aber Wolken nicht 5 Meter über der Erde sind, sondern 500 Meter oder mehr, können Spannungen bis zu 100 Millionen Volt entstehen. Zum Vergleich, in unserer Steckdose sind es 230 Volt. Und es reicht, um nie wieder glücklich zu werden. Das ist aber nur mal die Entstehung eines Blitzes. Um ihn wirklich auszulösen, brauchen wir noch mehr. Um Elektronen leiten zu können, braucht Luft circa 3 Millionen Volt pro Meter. Wir haben aber erst 200.000. Steigt aber die Luftfeuchtigkeit und passieren wieder einige krasse Dinge mit der Luft wie Ionisation, dann sinkt dieser Wert auf unter 200.000 Volt pro Meter. Dann leitet Luft. Und unsere Elektronen rauschen innerhalb von Sekunden auf die Erde nieder. Bei so circa 10.000 Ampere. Und trifft dort ein Haus oder ein Baum oder ein Auto. Der Baum muss anstecken. Der hat gelitten. Der Blitz fährt in ihn hinein und er brennt oder wird gespalten oder entwurzelt. Auf jeden Fall überlebt das ein Baum nicht ganz ohne Schäden. Wenn ein Blitz in ein Haus einschlägt, dann wird er dann meistens durch einen Blitzableiter in den Boden abgeleitet. Aber er kann trotzdem ins Stromnetz des Hauses gelangen. Und dann sind die Geräte des Hauses kaputt, also PC und Fernseher. Aber wenn der Blitz ins Dach fährt, kann auch das komplett abfackeln. So ein schöner Dachstuhlbrand. Kommen wir nun zum Auto. Und da solltest du ja am Video gehen. Ein Auto ist definitiv der beste Platz bei Blitzen. So viel verraten wir euch. Um aber zu erfahren, warum das so ist, müssen wir uns das Auto mal genauer anschauen. Ein Auto ist außen aus Metall. Also der Autokäfig. Wenn ins Auto der Blitz einschlägt, dann wird das Metall die Elektronen leiten. Das ist soweit klar, oder? Aber wenn wir im Auto sitzen und ans Metall fassen, müssten wir doch auch eine Geschossen bekommen, oder? Von außen? Ja. Von innen? Nein. Schauen wir uns dazu mal eine Hohlkugel aus Metall an. Außen ist Metall, innen ist sie hohl. Da ist Luft drin. Es schlägt ein Blitz in diese Hohlkugel. Und lässt Elektronen auf die Hohlkugel fließen. Elektronen wollen immer den größten Abstand zueinander haben. Die können sich nicht leiden. Wie werden sich die Elektronen anordnen? So oder so? Natürlich wie rechts. Da haben die Elektronen den größten Abstand zueinander. Und so ist es im Auto auch. Die Elektronen fließen am Auto außen entlang. Und innen drin ist man sicher. Sowas nennt man Faradaychen Käfig. Im Auto könnt ihr also getrost von innen ans Metall langen. Da sollte nix passieren. Aber das Fenster aufmachen und wieder Checker vom Neckar cool den Arm raushängen lassen, ist dumm. Weil auf der Auto-Außenseite fließen ja die Elektronen. Das gleiche gilt übrigens auch für Flugzeuge, Züge und Gondeln. Die sind auch aus Metall und damit ein Faradayischer Käfig. Also Lob an den Opa, er hatte seinen Enkeln richtig erklärt. Beim Gewitter ins Auto zu steigen ist sehr klug, denn dort ist man sicher. So Leute, ihr fragt euch bestimmt immer, wie schaffen wir 13 Videos in der Woche und... So Leute, ihr fragt euch bestimmt immer, wie schaffen wir 13 Videos in der Woche und das Geheimnis ist ganz einfach. Wir haben hier tolle Autoren, zum Beispiel unser Physik-Autor Eike. Grandioser Typ. Echt. Ja, kann ich nur bestätigen. Hab schon viel von ihm gehört. Lenkt mich am Arsch. Geiler Kernmann. Übrigens, wenn ihr überleben wollt in der Wildnis, hab ich hier ein paar Tipps für euch. Genau hier rechts, ne? To the right, to the right. Findet ihr ein kleines Video, wie ihr euch bei Blitz und Donner verhalten müsst. Nicht, dass ihr dann dort liegt wie ein gekriegtes Hühnchen. Das will niemand. Eure Eltern danken es euch. Also, anschauen und leben. Tschau.